Also wir brauchen Foto vom Geist, Geister, Zeuge und Sofels. So, was genau? Foto, Event, Salz. Hinten, rechts, alles klar. Wenn du willst, kann ich diesmal ja gehen. Ach, beim nächsten Mal. Bin auch schon drin. Das ist sowas von Dicks. Äh, es ist angestromt. Oxstrom dies. Oxstrom dies. Oxströmt. Ich hab hier hinten ein 2er Inf. Ich leg mal das Amp vor die Dings, damit ihr es verifizieren könnt. Mit dem Temperaturfühler. Hab hierhin ein Veja-Board. Es sagt nur D-U-B-I-S-T-D-O-O-F. Du bist doof. Du bist doof, sagt's. Das sah nur so aus, als wäre es irgendwas. Dabei war es einfach nur ein Fuß-Dingsi-Pumsi. Keine Knochen unterm Teppich. No Knochen vor mi. Vor mi. Vor mi. Dann machen wir da an. Das war es so. Das war's. Und dann sehen wir da. Das war's. Das war's. Und dann sehen wir da. So viele Türen. Eigentlich eine ganz hübsche Nachbarschaft. Werden hier nicht so viele Geister. Knochen gefunden. Der war hier so halb verwoben im Teppich. Noch mal Sicherheit checken, ob hier noch was anderes ist. In dem Raum da, genau. In dem blauen Teppich so halb drin verwoben. Ich habe ihn schon fotografiert und mitgenommen. Also der ist schon weg. Habt ihr ja nicht mit dabei den Raum gefunden. Das war's. Nein. Ich war schon mal in dem Keller. Was? Hab ich schon mal in dem Keller? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich hatte keinen Thermomix dabei. Dann gehe ich mal in den Keller. Mach's geschehen. Alles klar. Das erklärt den Ausschlag hier hinten. Drei Grad. Jo, 5,7. Bast. Also gerade hatte ich da noch über 10 drin. Das ist doch nicht wahr. Was hier immer über Ausschlag redet. Wenn mal Zeit zum Arzt zu gehen. Wir haben doch gerade Pandemie. Wir können doch nicht einfach wegen jedem Scheiß zum Arzt gehen. Das ist doch nicht wahr. Na ja, gut. Wenn ich schon mal eins beweisen kann, ist, dass ich sterben kann. Wie konntest du sterben, wenn der Dex neben dir steht? Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das mache. Der nächste stirbt. Willkommen in der Totenwelt. Das ist doch gut da, oder? Das ist das. Moin. Liegt doch gut da, oder? Jo. So, jetzt können wir raten. Ja. Und wie gut wir raten können. Ich wollte gerade deine, äh, mitnehmen und drücken nach Fingern so aufs, äh, drücken, so gucken. Ja. Hat nicht so gut funktioniert. Ich schreibe jetzt einfach aber Dämon rein. Also ich kann jetzt fahren. Ihr könnt jetzt alle was einstellen. Was haben wir denn? Ich tippe mit so Dämon. Wir haben gar nichts. Tja, Blackie. Ich tippe mit Banshee. So, werfe was. Hat jeder was eingestellt? Bitte mal was werfen. Hm, King fehlt noch. King, wo bist du? Ah, da. Hast du was zum Werfen? Ich sollte was werfen. Nein. Okay. Hast du was eingestellt? Hast du was? Nein, äh, was, äh, hatten wir Gefriertemperatur? Nein, nicht, wir hatten gar nichts. Du werfst keiner was. Wir hatten gar nichts. Bitte mal was werfen. Okay, der andere auch. So, wir sind zumindest alle beide hier. Das ist doch schon mal was. Ich hab jetzt irgendwas eingestellt. Ja, ich werfe. Ich hab jetzt einfach mal ein Schild eingetrieben. Wenn ihr da was dagegen habt, was ich jetzt fahre, merke, er könnte da etwas werfen. Wobei. Ich glaub, ich... Sehr gut. Heimfahrt. Ich stell's, glaub ich, mal auf Jura, weil... Alter, 9%. Und, es ist... Die Spannung steigt. Ein Oni. Ein Oni. Ah, gut, dann halt ein Oni. Ich hab, äh... Ich hab zum Schluss noch gerade schnell auf Jura gewechselt von Dämon. Wohne. Wohne. Vielen Dank.